Hallo liebe Naturfreunde, wir sammeln heute Holunder zur Saftbereitung. Die Holunderbeeren sind reif, wenn sie komplett schwarz geworden sind. Allerdings beginnen sie dann auch gleich abzufallen, sodass wir die Dolden pflücken, wenn nur noch vereinzelte wenige rote Beeren vorhanden sind. Den Saft stellen wir ohne Zuckerzusatz her und wir zeigen euch heute dafür zwei Wege. Der herkömmliche Weg über den Dampfentsafter und mit dem Kochtopf. Wir spülen die Dolden inklusive Beeren zunächst mit kaltem Wasser ab und streifen sie dann von den Stängeln ab. Dabei sortieren wir grüne und rote Beeren aus. Diese sind nicht reif und nicht zur Saftbereitung geeignet. Ein wichtiger Hinweis gleich vorweg, Holunderbeeren sind im Rohzustand giftig. Auch die Kerne sollten entfernt werden, da diese eine hohe Konzentration an Glykosiden enthalten. Erst durch Kochen des Saftes werden die toxischen Bestandteile zerstört und der Saft wird genießbar. Hier seht ihr unseren Dampfentsafter, den haben wir randvoll gemacht. Das entspricht etwa 3,5 Kilogramm an Früchten. Gleich daneben haben wir einen Kochtopf ca. zu 75% befüllt. Ganz voll darf dieser nicht sein, da die Früchte ansonsten überkochen. Zu diesen ca. 2,5 Kilogramm Beeren geben wir ca. 2 Liter Wasser dazu, bis die Früchte gerade so bedeckt sind. Und bringen den Topf dann zum Kochen. Nach ca. 1,5 Stunden steigt im Abfüllschlauch des Dampfentsafters der Saft auf. Wir können dann beginnen, diesen abzufüllen. Die Bügelverschlussflaschen haben wir vorher mit kochendem Wasser ausgespült. Die Temperatur des Saftes aus dem Dampfentsafter liegt knapp unter dem Siedepunkt. Somit ist dieser ebenfalls steril, sollte aber zügig abgefüllt werden. Dies ist wichtig, um den Saft haltbar zu machen und Schimmelbildung zu vermeiden. Aus der gegebenen Menge können wir ca. 3 Liter abfüllen. Hier seht ihr unseren zweiten Saftansatz. Wir bringen den Inhalt des Topfes zum Kochen und lassen das Ganze dann bei geschlossenem Deckel komplett abkühlen. Diese Variante ist etwas vitaminschonender, da die Beeren hier nicht stundenlang wie beim Dampfentsafter gekocht werden. Auch den Dampfentsafter haben wir samt Inhalt über Nacht abkühlen lassen. Und wie ihr seht, hat sich hier nochmal einiges an Saft abgesetzt. Wenn ihr also den Dampfentsafter gleich nach dem Kochvorgang entleert, verschenkt ihr ca. noch mal einen halben Liter Saft. Die Rückstände des Dampfentsafters geben wir nochmal in ein Sieb und schauen uns mal an, wie viel Saft darin noch enthalten ist. Hier sehen wir, dass die Beeren ziemlich gut entsaftet wurden. Es kommen nur noch wenige Tropfen heraus. Diesen kalten Saft kann man beispielsweise zu Likör weiterverarbeiten. Die Flüssigkeit in unserem Kochtopf hat sich mittlerweile über Nacht auch sehr dunkel gefärbt. Diese Früchte müssen wir allerdings noch abpressen, da diese noch sehr viel Saft enthalten. Dazu kann man ein Sieb oder eine Obstpresse nutzen. Da dieser Saft jetzt vollständig erkaltet ist, muss er zur Haltbarmachung nochmals aufgekocht werden. Mit dieser Methode erhalten wir ebenfalls ca. 3 Liter Holunderbeeren-Saft. Mit der Kochtopf-Methode kann man somit aus etwas weniger Beeren und bei kürzerer Kochzeit ca. die gleiche Menge Saft gewinnen wie mit dem Dampfentsafter. Der einzige Nachteil ist hier also der höhere Arbeitsaufwand durch das Auspressen der Früchte. Den gewonnenen Saft kochen wir dann nochmal auf und füllen ihn zügig in mit kochendem Wasser ausgespülte Bügelverschlussflaschen ab. Mit dieser Methode befindet sich auch etwas mehr Fruchtfleisch im Saft als beim Dampfentsafter. Die Rückstände der Safterstellung geben wir auf den Kompost. Dieser Saft schmeckt auch ohne Zuckerzusatz als Schorle sehr gut. Aus ursprünglich ca. 6 kg Früchten haben wir 6 Liter Saft kochend abgefüllt. Einen weiteren Liter kalten Saft haben wir nicht mehr aufgekocht. Diesen benutzen wir für einen Liköransatz. Dies seht ihr dann im nächsten Video. Sammelt ihr ebenfalls Holunder? Und wenn ja, was macht ihr daraus? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Falls euch dieses Video gefallen hat und ihr gerne mehr zum Thema Verarbeitung von Wildfrüchten und Selbstversorgung erfahren wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Ansonsten war es das für heute zum Thema Holunderbeeren-Saft. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis bald! Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis bald! Wir machen den Saft. Vielen Dank.